Im Jahr 2012 veröffentlichte der Bezirksbürgermeister von Neukölln, Heinz Buschkowski, das Buch Neukölln ist überall, das auch wir von den Newsos Neukölln sehr kritisch kommentiert haben. Auch sein neues Buch, Die andere Gesellschaft, möchten wir nicht unkommentiert stehen lassen, doch dieses Mal möchten wir die Stimmen von Neuköllnerinnen und Neuköllnern einfließen lassen, indem wir sie mit Zitaten aus dem Buch konfrontieren. Ich stelle es Ihrer Bewertung anheim, ob es wirklich eine rassistische Beleidigung ist, wenn Lehrer in markanten Situationen zu migrantischen Schülern den Satz sagen, benimm dich wie in Mitteleuropa. Was sagen Sie zu diesem Satz? Ich sage zu dem Satz, dass es natürlich eine rassistische Beleidigung ist und so eindeutig, dass man sich eigentlich verekelt schüttelt, wenn ein Lehrer sowas sagt. Es ist jetzt vielleicht nicht klar rassistisch, sondern irgendwie nur strukturell rassistisch, sowas zu sagen, aber damit so ein Verhalten zu rechtfertigen, nämlich irgendwelche Leute sozusagen kulturell auszugrenzen oder irgendwie abzugrenzen und das auch noch gegenüber Schülern, mit denen man eigentlich irgendwie ein konstruktives Verhältnis pflegen sollte, ist eine Unverschämtheit. Also erstens finde ich es ja mal ganz schön krass, dass jemand davon ausgeht, dass Leute in Mitteleuropa sich schon mal besser verhalten als Leute mit Migrationshintergrund und zweitens finde ich ganz schön krass, dass er auf diesen Migrationshintergrund eingeht, weil, also ich meine, wieso sollte man einen Schüler wegen seinem Migrationshintergrund auf irgendwas hinweisen, was man auch ohne den Migrationshintergrund tun könnte? Also das finde ich ja total lächerlich. Ja, also ich finde das verfehlt, wenn ein Lehrer sowas sagt, denn ich denke, Lehrer sollten auch in sogenannten markanten Situationen genug andere Dinge einfallen, die er dann sagen kann und nicht auf so eine Schiene irgendwie abgleiten. Ja, es ist ganz, ganz klar eine rassistische Beleidigung. Ja, definitiv. Steht außer Frage. Ist auch ganz lustig, so die ist benimmlich wie Mitteleuropa. Das ist halt, Mitteleuropa ist ein riesengroßes Gebiet, relativ heterogene Masse würde ich sagen und schwer irgendwie da so ein Ding zu fassen, wie sich dort alle benehmen, oder? Definitiv. Weil damit ja ausgeschlossen ist, dass sich Mitteleuropäer irgendwie auch völlig daneben benehmen. Völlig. Das ist überhaupt kein Kriterium. Also was ist ein Mitteleuropäer, wissen wir, aber was haben wir von dem zu halten? Das ist immer der Einzelfall. Also ihr seht das nicht, so eine Leitkultur in Mitteleuropa, an die sich alle zu richten haben und die auch klar greifbar ist? Ja, auf keinen Fall. Also ich meine, das ist halt eine klare Verallgemeinerung, ne? Wenn Sie sich das politische Parteienspektrum anschauen, was würden Sie vermuten, woher kommt dieses Zitat? Das ist ganz schwer zu sagen, weil es so gut wie in allen Parteien auch immer wieder Menschen gibt, die sich zu zumindest rassistisch angehauchten Äußerungen hinreißen lassen. Naja, ich sag jetzt mal nicht AfD, sondern ich sage, alle konservativen Parteien sind im Grunde genommen auf der Schiene. Ein bisschen eleganter und ein bisschen plumper, je nachdem. Ich bin so enttäuscht von vielen der Parteien, dass ich es relativ viele, eigentlich fast allen Parteien, außer vielleicht der Linken und den Grünen und die Piraten, die hatten auch Aussetzer. Aber es kann eine der großen Volksparteien ohne weiteres sein. Irgendwo aus der Mitte. Ja, also es könnte man irgendwie irgendwas Rechtspopulistischem zuordnen, aber ich wette, das ist irgendwas, womit man nicht rechnet. Also irgendwas aus der SPD, CDU oder so. Keine Ahnung. Dann möchte ich jetzt kurz auflösen, woher dieses Zitat stammt. Es stammt aus dem neuen Buch vom Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowski aus der SPD. Was sagen Sie denn dazu? Ja, naja, Buschkowski ist noch ein Extrafall. Also ich meine, dass der nun in der SPD ist, das bedeutet ja nur, dass die SPD auch nicht das ist oder mehr ist, was sie mal war. Muss ich gestehen, überrascht mich überhaupt nicht. Finde ich ganz schön krass. Aber auch nicht so verwunderlich. Das ist uns, glaube ich, schon sehr häufig begegnet, dass das eigentlich so aus, gerade aus der politischen Mitte, irgendwie ganz viel kommt, solche Aussagen, wo man eigentlich denkt, das kommt von irgendwelchen rechten Leuten, aber eigentlich ist es halt sehr stark einfach bei allen verbreitet. Der ist so jemand, der irgendwie meint, er könnte mit Berliner Schnauze irgendjemanden um den Finger wickeln und müsste sich deswegen irgendwie nicht differenzierter auf. und möchte Diskussionen einlassen.